E-Sport-Team Wir wollen für immer bleiben. Wir haben nicht vor, ein kurzfristiges Projekt hier draus zu machen, sondern wir wollen, genauso wie im Fußball, wird das eine unserer Disziplinen werden und wir wollen dem E-Sport ganz, ganz lange erhalten bleiben. Mittlerweile hat Schalke nicht nur einen soliden Start in League of Legends hingelegt, sondern auch ein eigenes FIFA-Team vorgestellt. Professionelle Spieler sind ebenfalls vom Einstieg des Vereins in den E-Sport begeistert. So auch der League of Legends-Profi Johann Klay-Olson. Es ist echt cool, dass ein großer Fußballverein in den E-Sport einsteigt und die Szene unterstützt. Meiner Meinung nach ist das der richtige Schritt. Auch die Kollegen des Heroes of the Storm Teams freuen sich über Schalke in der LCS, doch schwingen hier schon die ersten Befürchtungen mit. Mit all den großen Namen, wie unter anderem Schalke, die in den E-Sport investieren, ist das ziemlich gut. Es bringt mehr Popularität und Geld in die Szene. Aber Teamnamen sind im E-Sport eine ziemlich große Sache, wie Fanatic, CLG, SK Gaming, TSM und so weiter. Ich will nicht, dass diese verschwinden, nur weil größere Vereine in den E-Sport einsteigen und diese aufkaufen. Tatsächlich gab es schon erste Gerüchte, dass der FC Bayern München die deutsche E-Sport-Organisation SK Gaming aufgekauft haben soll. Gegenüber dem E-Sport-Observer dementierten die Verantwortlichen diese Gerüchte. Allerdings hagelte es auch schon Kritik. Denn nicht alle sind vom Interesse der Fußballvereine am E-Sport begeistert. Der SMITE-Profi Peter Dini Dimitrov kritisierte die Präsentation des Bundesliga-Vereins in manchen Punkten. Wenn es umgehaucht ist, dann sieht es vielleicht ein bisschen doof aus. Auch außerdem das Corporate-Design von vielen Vereinen ist jetzt noch nicht auf E-Sport angepasst. Das heißt, wenn man das Schalke-Icon, das Ganze drumherum ein bisschen revampen würde und sich Mühe machen würde, es ein bisschen mehr auf E-Sport anzupassen, ein bisschen moderner, ein bisschen auf Jugendliche geachtet, dann könnte ich echt denken, dass es echt was richtig Tolles wird. Die Stimmen aus der Community waren zwar überwiegend positiv, doch schwang auch ein negativer Unterton mit. Viele fragen sich, inwiefern klassische Sportvereine in den E-Sport passen. Außerdem scheint die Szene noch nicht so ganz zu wissen, was sie mit dem Trend anfangen soll. Die Szene beobachtet und hart der Dinge, die da kommen. So sieht es zumindest aus. Übergreifend sind sich aber viele in der Community einig, wenn Schalke endlich einen Titel holen kann, ist alles gut.